Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke mal, dass ich heute einer der wenigen Redner bin, der nicht verspricht, dass er es kurz macht. Und bei diesem Thema sollten wir uns doch schon etwas mehr Zeit nehmen. Also der Auffassung bin ich schon. Ich bin auch sehr erstaunt, was bisher hier geboten wurde. Vieles kann ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht wird das dann auch durch den Antragsteller nachher in der Debatte noch etwas klarer gestellt. Fakt ist, Sie fordern hier den Landtag zu zwei konkreten Dingen auf. Zu einer Gesetzesänderung, die dann das Teilzeit- und Befristungsgesetz betrifft. Und ich sage mal immer, wenn ich Gesetzesänderungen vornehmen will, dann muss ich natürlich auch entsprechende Gründe haben dafür, ob es überhaupt eine Notwendigkeit dafür gibt. Und aus meiner Sicht sind Sie der Notwendigkeit hier nicht gerecht geworden in Ihren Ausführungen. Sie stellen pauschal in den Raum, dass es so ist, aber anhand von konkreten Zahlen können Sie das nicht belegen. Ich will Ihnen konkrete Zahlen hier nennen, weil ich auch nicht bereit dazu bin, wie bei den Debatten zuvor immer Dinge aus dem Zusammenhang herauszureißen. Wir haben hier Arbeitsmarktinstrumente durch Hartz IV eingeführt und die haben zu folgenden Ergebnissen geführt. Wir haben eine Rekordbeschäftigung in Deutschland von ca. 29 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Das sind über 2 Millionen mehr als damals, bevor die Hartz IV-Reform in Angriff genommen wurde. Ein zweiter wesentlicher Grund. Wir haben zurzeit 2,78 Millionen Arbeitslose. Als die Hartz-Reformen auf den Weg gebracht worden sind, haben wir 5 Millionen gehabt. Ein zweiter wesentlicher Grund, der zeigt, wie Entwicklung im Arbeitsmarkt in Deutschland stattfindet. Ich will auch noch einen dritten Grund nennen. Wir haben ca. 480.000 offene Stellen. So stellt sich der Arbeitsmarkt zurzeit in Deutschland dar. Da müssen wir immer wieder fragen, warum sollen wir eigentlich einen funktionierenden Arbeitsmarkt, diese entsprechenden Arbeitsmarktinstrumente reformieren. Die Frage muss doch wohl mal gestattet sein. Und was Sie immer wieder hier machen, Sie argumentieren einseitig, das ist meine Auffassung, einseitig nur aus der Sicht des Arbeitnehmers. Der Arbeitsmarkt besteht aber nicht nur aus Arbeitnehmern. Sondern auch aus Arbeitgebern. Und aus Betrieben. Und, das war jetzt nicht Ihr Ernst, ne? Sie haben die Arbeitgeber hier als Ausbeuter generell dargestellt, in der Gesamtheit. Ich denke mal, dass Sie nachher noch vorne ans Rednerpunkt treten werden und das klarstellen werden. Es ist doch wohl unstrittig, dass der Arbeitsmarkt aus diesen beiden Parteien besteht. Und da kann ich doch nicht immer nur einseitig hier mich hinstellen und das herausgreifen und das so argumentieren. Und insofern sage ich es nochmal, wenn die Entwicklung so erfolgreich war aufgrund der Arbeitsmarktinstrumente, dann müssen Sie doch schon mal beweisen oder uns erklären, warum wir die ändern sollen. Und die, die es damals eingeführt haben, wenn die sich heute hinstellen, zum Beispiel von den Grünen und sagen, wir müssen das ändern, dann muss ich Sie fragen, haben Sie damals diese richtigen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die die Ergebnisse gebracht haben, weil sie nur eine Regierungsverantwortung sind? Wollen Sie heute anders reden, weil wir demnächst Bundestagswahlen haben und weil Sie eine Opposition sind? Jetzt sind die Maßnahmen alle nicht mehr richtig. Ich habe immer an dieser Stelle gesagt, wenn es Verwerfungen bei den einzelnen Maßnahmen gibt, dann muss man sich das anschauen und gucken, ob man nachjustiert. Aber dass man jetzt generell dann alles in Frage stellt, erfolgreiche Wirtschaftspolitik in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern, das kann ich nicht nachvollziehen. Und die Arbeitsmarktstatistik in Mecklenburg-Vorpommern, die wir gestern erhalten haben, zeigt genau die gleichen Tendenzen. Auch hier das, was die Arbeitslosen betrifft, mit ca. 90.000 Rekordniedrigarbeitslosigkeit. Wir haben über 530.000 Versicherungspflichtbeschäftigungsverhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind doch Erfolge. Und warum wollen Sie jetzt mit einem großen Risiko, aus meiner Sicht verbunden, generell alle Arbeitsmarktreformen dann in Frage stellen, wo Sie gar nicht wissen, wie die entsprechenden Wirkungen sind. Und es ist ja auch so ein bisschen Methode, wie das hier läuft. Sie stellen kleine Anfragen und die nutzen Sie dann, um daraus entsprechende Anträge zu machen. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn dann aber die kleinen Anfragen nicht wunschgemäß ausfallen, so wie Sie das brauchen, dann haben Sie natürlich ein Problem. Dann haben Sie natürlich wirklich ein Problem. Und Sie kennen die Zahlen, sicherlich als einer der wenigen, Herr Förster. Und greifen sich dann eine Zahl raus, die 132.000 im Jahre 2011, und sagen, die Zahl ist viel zu hoch. Das kann man natürlich machen. Wenn Sie aber Ihre eigene Frage hier nochmal als Grundlage nehmen. Sie haben nämlich abgefragt ab 2007. Sie haben sicherlich aus guten Gründen 2006 und vorher weggelassen. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie haben aber 2007 bis 2011 erfragt. Und deswegen würde ich das einfach mal sagen. 2007 rund 165.000 befristete Arbeitsverträge. 2008 156.000. 2009 148.000. 2010 144.000. 2011 132.000. Und wer ein bisschen mathematisch begabt ist, wird erkennen, dass das eine fallende Tendenz ist. Herr Renz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Ritter? Dankeschön, lieber Kollege Renz. Können Sie mir bitte erklären, wenn Sie meinen, es wäre alles in Ordnung und unser Antrag wäre nicht notwendig, warum die zuständige Ministerin uns eben erklärt hat, dass unser Antrag nicht notwendig ist, weil sie arbeitet schon längst an dem Problem. Haben Sie das nicht untereinander abgestimmt in der Koalition? Wenn das eine Frage an die Ministerin war, dann müssen Sie die stellen, wenn sie am Rednerpult steht. Sie werden anhand meiner Ausführungen erkennen, allein schon an dem letzten Punkt, dass ich hier nachweislich anhand der kleinen Anfrage dargestellt habe, dass wir fallende Zahlen haben im Bereich der befristeten Arbeitsverträge, dass das eine unterschiedliche Darstellung der Dinge ist. Daran kann ich jetzt aber nicht irgendwie eine kleinere Katastrophe erkennen. Das ist einfach so. Ich stelle die Realität aus meiner Sicht hier dar. Dankeschön. Wenn es also so ist, wie ich es eben dargestellt habe, und das liegt ja jedem vor, kann ja jeder nachlesen. Wir können das auch gerne noch prozentual machen. Es ging damals los mit 24,4 Prozent im Jahre 2007. Im Jahre 2010 waren wir schon bei 20,5. Und es ist einfach so, dass diese 132.000 in 2011 erstmalig einen Wert darstellen unter 20 Prozent, den tiefsten Wert, den es je gab. Und insofern ist es eine Debatte, die hier abläuft, die nicht nachvollziehbar ist. Ich kann mich immer als Sozialromantiker hinstellen und sagen, das ist alles schlecht, das alles steigt. Dann kommen Sie bitte mit konkreten Zahlen. Und was es natürlich immer bewirkt, Ihre regelmäßigen Anträge, ist, dass ich mich noch intensiver damit befassen muss. Und dann logischerweise auch Kontakt aufgenommen habe mit dem Statistischen Landesamt. Und wer sich das anschaut, auch hier geht es los, im Jahre 2008 wurde es entsprechend kommentiert vom Statistischen Landesamt, Überschrift, etwa ein Viertel der Beschäftigten mit befristetem Arbeitsvertrag. Im Jahre 2009 fast jeder Vierte mit befristetem Arbeitsvertrag. Im Jahre 2011 dann, jeder Fünfte Beschäftigte hat einen befristeten Arbeitsvertrag. Nun heißt nicht automatisch das Ansteigen der Zahl von 4 auf 5, dass sich das hier so entsprechend verhält mit einem Anstieg in diesem Bereich. Nein, es bezieht sich ja auf Prozente, nämlich, dass wir entweder von einem Viertel oder einem Fünftel sprechen. Und dann ist das auch nochmal der statistische Beweis, dass es hier eben bergab geht und nicht bergauf, wie es immer versucht wird, darzustellen. Jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und wollen dann noch konkreter hier einsteigen. Sie sagen ja, 132.000 ist eine Katastrophe. Jeder weniger ist für mich auch besser. Sie stellen sich hier hin und sagen, ich glaube, 38% der 15- bis 20-Jährigen oder 24-Jährigen, 38% sind in so einem Beschäftigungsverhältnis. Wenn Sie die Zahlen aus Mecklenburg-Vorpommern nehmen, dann sagen Sie doch bitte an dieser Stelle aber auch, dass die anderen Altersgruppen, da wir in der Summe nachher auf einen Schnitt von 20 kommen, in dem Altersbereich zum Beispiel von 55 bis 64 nur 9% haben. Also ich finde immer nur, seriös ist auch hier gefragt. Und wenn es um seriös geht, dann bleiben wir wieder bei den 132.000 und dann schauen wir uns das mal genauer an und dann sagt das Statistische Amt folgendes. Es gibt unterschiedliche Gründe für die Befristung von Arbeitsverträgen. So hatten aufgrund einer Ausbildung altesunabhängig insgesamt 34.200 Leute einen befristeten Vertrag. Das heißt von Ihren 50.800 haben 34.000 einen befristeten Vertrag gehabt aufgrund eines Lehrverhältnisses. Das ist natürlich ein Zustand, das muss man nicht erwähnen. Ich für meinen Teil will das hier einfach mal an dieser Stelle machen. Und auch das wird in der statistischen Erfassung des Landesamtes hier aufgezählt. Aufgezählt, dass nämlich dann wir nur auf 98.000 befristete Arbeitsverhältnisse kommen. So viel mal zur Statistik, wo ich glaube, es lohnt sich darüber dann genauer auch zu debattieren. Und abschließend, auch hier nochmal vom Statistischen Landesamt, nicht, dass es heißt hier, ich habe mir das ausgedacht. Ich zitiere hier nochmal aus 2010. Interessant ist, dass sich der Anteil der Beschäftigten mit befristeten Arbeitsvertrag innerhalb der letzten 15 Jahre nicht wesentlich verändert hat. Auch betrafen befristete Beschäftigungsverhältnisse Männer und Frauen vergleichbar häufig. Das kann jeder nachlesen. Also wenn wir jetzt hier stundenlang eine Debatte führen wollen, dass die Frauen mehr betroffen sind, gucken Sie einfach alle in die Zahlen und dann werden Sie das finden. Das sind nicht meine Erforschungen, das sind die Darstellungen des Statistischen Landesamtes. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns auf solche konkreten Zahlen dann hier auch mal beziehen sollten. Ich muss auch fairerweise sagen, mir ist es nicht gelungen, vielleicht können Sie das nachher mal darstellen, zum Beispiel die Anzahl der sachgrundlosen Befristung, die Arbeitsverhältnisse konkret in Zahlen anzugehen. Sie sagen nur, die sind zu hoch und die wollen Sie abschaffen. Also ich konnte beim Statistischen Amt da keine Zahl in Erfahrung bringen, wie hoch die ist. Die einzige Zahl für die Befristung zur Erprobung aus dem Jahre 2010, das sind 12.200, die einzige Zahl, die ich kenne. Und ich sage Ihnen, das, was Sie hier machen, ist unredlich, das ist pauschal und das ist nicht fundiert. Genauso zum Punkt 2, wenn es um die Weiterbildungsangebote geht. Sagen Sie mir konkret, welche Leute, die in befristeten Arbeitsverhältnissen sich befinden, von dem Weiterbildungsangebot von den Firmen ausgesperrt werden. Benennen Sie das konkret. Ich habe mich versucht, hier auch ein bisschen auf den Weg zu machen und kann da immer nur sagen, es wird jetzt schwierig, erst mal die entsprechende Unterlage zu finden. Hier habe ich sie. Nein, aber so viel Zeit muss sein, das wissen Sie ja, Frau Gajak. Wenn es um Statistiken geht hier, SOEP-Statistik, da geht es um die Anzahl der Personen in Weiterbildung insgesamt, unbefristet 32 Prozent, befristet 30 Prozent. Kann ich also keinen wesentlichen Unterschied erkennen. Wenn es um den Mikrozensus geht, der hier zur Auswertung herangezogen wird, unbefristet 5 Prozent, befristet 11, die sich in Weiterbildung befinden. Es kann sein, dass ich die falschen Zahlen habe oder die nicht richtig hier deuten kann. Ich kann auf alle Fälle den pauschalen Vorwurf, den Sie in den Raum stellen, hier nicht nachvollziehen. Ich habe mir auch nicht jetzt dafür extra eine konkrete Studie besorgt, die das aussagt. Aber ich habe zumindest eine Studie, die sich mit der Befristung von Arbeitsverträgen und deren Einfluss auf Weiterbildung befasst hat von Reino Kowski und Sauermann. Und die kommen zu folgendem Ergebnis. Die Ergebnisse der empirischen Analyse bestätigen dies. Aus ihnen lässt sich ableiten, dass gering qualifizierte Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen keinen systematischen Nachteil in Bezug auf die Wahrnehmung beruflicher Weiterbildungsangebote gegenüber unbefristeten Beschäftigten haben. Und somit auch kein zusätzliches Risiko entsteht. Also ich bitte Sie in der Debatte vielleicht, mich davon einem Gegenteil zu überzeugen. Aber anhand von Zahlen und nicht einfach anhand von pauschalen Aussagen. Das bringt uns nämlich dann in der Sache nicht weiter. Sofern erst mal der erste Teil meines Redebeitrages, den ich vielleicht mit einem Gedanken hier noch mal beschließen möchte. Auch in der Hoffnung, dass vielleicht dann der Antragsteller darauf eingeht. Und zwar mit dem Gedanken, unser Nachbarland Niederlande hat sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse, die sich im Bereich von 50 Prozent bewegen. Also die Hälfte der Beschäftigten ist dort befristet oder atypisch beschäftigt, die andere Hälfte nicht. Das heißt, wir können dann schon fast in dem Bereich gar nicht mehr von einem normalen Arbeitsverhältnis sprechen. Mich würde interessieren, wie das in der Debatte hier bewertet wird, bei einer Arbeitslosenquote in den Niederlanden von 5,5 Prozent. Ich habe da jetzt in dem Sinne auch noch nicht gehört, dass es da größere Unruhen gibt oder Bewegungen nach Deutschland, dass die hier alle arbeiten wollen, weil bei uns sich die Situation etwas anders darstellt. Die Frage für die Zukunft ist vielleicht, nicht, dass es hier mehr ausgelegt wird als Zielstellung, aber vielleicht doch rückblickend, wenn ich mal sage, vor 100 Jahren war der Opa Schmied, der Vater Schmied und der Sohn Schmied und das auf Lebzeiten in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Wenn die Welt sich geändert hat in den Jahren, vielleicht stehen wir auch an dem Beginn einer Veränderung, was zum Beispiel die Arbeitswelt in diesem Bereich betrifft, weil ich gelesen habe oder mir sagen lassen habe, dass die Bevölkerung in den Niederlanden, dann komme ich nämlich wieder darauf zurück, eine Akzeptanz entwickelt hat zu der Situation, so wie sie ist, weil die Menschen, deren Sichtweisen sich zur Arbeit und so weiter verändert haben, vielleicht ist das ein Prozess und es würde mich freuen, wenn auf diese Situation vielleicht vom Antragsteller dann auch nochmal eingegangen wird. Dankeschön. Vielen Dank.